Hier wird es nun um physikalische Größen und Einheiten gehen. Einheiten und vor allen Dingen um das SI-System. Was ist das SI-System? Es steht erstmal für System International Dynité, französische Abkürzung. Es beschreibt das komplette Einheitensystem, in dem wir heute vor allem in der Technik arbeiten. Im Privatbereich gibt es noch eine oder andere Abweichung davon. Da rechnet man dann auch mal mit etwas anderen Einheiten, die eben nicht in dieses System passen. In Technik und Naturwissenschaft tut man das aber. Ist das sinnvoll? Ja, natürlich ist das sinnvoll. Maßen, Einheiten und so weiter sind schon immer ein Problem und ein wichtiger Faktor auch für die wirtschaftliche Zusammenarbeit gewesen. So ist es so gewesen, dass also natürlich auf Märkten früher auch im Mittelalter schon festgelegt wurde, was ist denn jetzt eine Elle, was ist ein Meter, was ist eine Einheit oder was ist eine Gewichtseinheit. Und es auch da zunächst eben auf regionaler, dann später eben auch auf nationalen Ebenen auch Institute gegeben hat oder Strukturen gegeben hat, die festgelegt haben, was denn eben so diese Einheit ist. Denn sie können ja nur mit jemandem handeln und etwas kaufen, wenn der unter einem Kilogramm irgendetwas wenigstens dieselbe Menge versteht wie sie, dieselbe Masse versteht wie sie darunter verstehen oder unter einem Kubikmeter von irgendetwas eben auch die gleiche Menge, das gleiche Volumen versteht wie sie. Es macht keinen Sinn, mit jemandem handeln zu treiben, der darunter etwas völlig anderes oder es ist erheblich schwieriger, der darunter etwas völlig anderes versteht. So und so hat es natürlich dann auch in verschiedenen Ländern Einheitswächter gegeben und irgendwann ist man auf den Punkt gekommen, dass man ja nicht nur regional handeln möchte oder in einer Stadt handeln möchte, einem Land handeln möchte, sondern auch grenzüberschreitenden Verkehr haben möchte und der ist eben nur möglich, wenn Sie ein solches Einheitensystem haben. Das SI-System hat sieben Basiseinheiten und aus denen können Sie alle anderen zusammenbauen und daraus abgeleitet, die dann auch in dem System sind. So, es ist ein kohärentes System Das heißt, dass die Dimension der abgeleiteten Einheiten der abgeleiteten Einheiten ist mit dem Faktor 1 zu beschreiben. Was das genau heißt, sehen wir dann. Schauen wir uns ja erstmal die Basiseinheiten überhaupt an, die wir haben. Und ich entwickle das jetzt hier so ein bisschen, auch vielleicht ein bisschen langsam oder langsamer, als es eigentlich sein müsste. Sei es drum. Also wir haben hier die Was brauchen wir? Das passt. Wir haben hier die Größe. So, dann haben wir das Symbol für eben die Größe. Wir haben das Dimensionssymbol Und dann kommen wir noch die Einheit Und das Einheitenzeichen Man merkt schon, ich habe mich da vielleicht ein bisschen vertan. Also fangen wir mal an. Wir haben hier die Länge Ist einer Die Masse Die Zeit Und die Stromstärke Das sind die für uns zunächst wichtigsten. Ich Mache da zunächst mal eine Pause Und werde dann noch ein paar andere Werde die anderen drei Sie können ja zählen Das Symbol ist typischerweise ein kleiner Buchstabe. Das ist das L für die Länge Das Dimensionssymbol ist ein großer Buchstabe. Das ist das große L Macht natürlich irgendwie Sinn Die Einheit selbstverständlich Der Meter Und das Einheitszeichen ist das kleine M Die Masse Das Symbol ist das kleine M Das Dimensionssymbol Das große M Die Einheit Das Kilogramm Und das Einheitenzeichen kennen Sie alle KG Zeit Symbol T Das Dimensionssymbol Das große T Die Einheit Die Sekunde Und Das kleine S Die Stromstärke Weicht da ab Ist das große I Aber wir haben natürlich auch bei Wechselgrößen Insbesondere Zeitabhängigen Größen Das kleine I Das Dimensionssymbol Das große I Und Ampere Und das große A Als Einheit Okay Dann haben wir noch die Temperatur Ich schreibe hier mal Thermodynamische Muss man eigentlich dazu sagen Thermische Temperatur Da brauche ich zwei Zeilen für Große T Dimensionssymbol Das große Theta Und das ist natürlich hier Kelvin Und Das K Stoffmenge N Oder das große N Und dann das Mol Und Das Einheitenzeichen ist das Mol Kleingeschrieben Dann haben wir noch die Lichtstärke Die wir auch noch kennenlernen werden I Nu Und das ist das J Da Einheit ist das Kandela Und das Einheitenzeichen ist das CD So Was fällt daran jetzt auf Vor allen Dingen die Größen Die man so aus dem Alltag her kennt Sind stark vertreten Nicht also da ist da sicherlich Die Naja Die drei hier sind es Hab es da Wollte ich das I Punkt nicht weg machen So Die drei sind es im Wesentlichen Die im Alltag sind Was im Alltag vielleicht noch hat Mit Abstrichen Ist der hier Was für mich auffällt ist Energie und Leistung Sind nicht dabei Das hätte ich so aus dem Bauch heraus Sofort erwartet Dass man Energie und Leistung Auch hier in den Einheiten Als Basis Einheiten hat Das hat man nicht Es gibt nur eine elektrische Einheit Das ist hier Der da Das Ampere Oder die Stromstärke Hm Und Das war es eigentlich dazu zu sagen So Jetzt muss man noch mal gucken Wie arbeitet man mit den Dingern Oder wie kann man damit arbeiten Nun Grundsätzlich ist eine abgeleitete Einheit Immer Und wir werden ein paar Sachen noch kennenlernen Abgeleitete Einheit Baut sich immer auf Als Einheit von Irgendeiner Größe Das ist übrigens das eckige Zeichen hier Eckiges Zeichen Heißt Einheit von Das haben wir auch in Grundlagen E-Technik schon mehrfach verwendet Und Das ist 10 hoch µ Also irgendeine 10er Potenz Das ist normalerweise 0 Mal M hoch Alpha Kg hoch Beta S hoch Gamma Ampere hoch Delta K hoch Epsilon K hoch Epsilon hoch Zeta Und Kandela hoch Eta So Und diese Alpha Beta Gamma Delta Nü übrigens auch Epsilon Zeta Und Eta Das sind ganze Zahlen Das macht jetzt natürlich erstmal irgendwie Angst Weil das könnte jetzt eine ganze Zahl sein Das ist jetzt nicht Es gibt kein Wurzel von Oder hoch 3 halbe Oder sowas Das taucht in Spezialfällen in der HF-Technik mal auf Aber das kann man grundsätzlich eigentlich ausklammern Und da ist dann auch keine SI-Einheit wirklich So das klingt jetzt ja alles so Als könnten das ja sonstige Begriffe sein Typischerweise ist Sind das aber Im Zahlenraum Ich wüsste Nichts Gebräuchliches für uns Was darüber hinaus geht Von minus 3 Bis plus 3 Typischerweise bleibt es auch da drunter Also es ist schon klar Wenn Sie jetzt Eine Fläche haben wollen Dann Fläche ist dann ja Ich schreibe es in Metern hin Quadratmeter Dann hätten wir eben die Fläche A Naja Die Würde sich dann Die Einheit daraus ergeben Dass das eben gleich Meter mal Meter ist Also gleich Quadratmeter Oder ein Volumen Na ja Da hätten wir dann Ich schreibe es mal auch aus Sagt es ja auch schon Kubik Meter Dann wäre eben Die Einheit V Gleich Meter Mal Meter Mal Meter Gleich Meter hoch drei Da taucht dann eben auch schon mal Die drei auf Wo taucht die minus drei auf Wenn wir jetzt zum Beispiel Mal eine Dichte nehmen Die wäre dann Beispielsweise roh Und dann hätten wir hier Eine Die Einheit Masse Kilogramm Pro Kubikmeter Und das könnte man jetzt ja Schreiben als Kilogramm hoch eins Mal Meter hoch minus drei Und dann hätten wir da die minus drei So was könnten wir noch nehmen Könnten ja noch mal eine Geschwindigkeit nehmen Damit wir mal was anderes haben Das wäre v Und die Einheit von v Würde sein Meter Pro Sekunde Wir können auch eine Beschleunigung nehmen Das wäre dann die Einheit von einem Klein a Typischerweise Wäre Meter pro Sekunde Quadrat So was könnte man tun Naja und die Kraft Ist eben Dass man etwas Eine Masse Beschleunigt Also Wäre das die Einheit Kilogramm Das ist die Masse Mal Meter Pro Sekunde Quadrat Und das würde man jetzt Sogar noch abkürzen Mit N Als Newton Man wird dann irgendwann Wenn da also zu viele Buchstaben stehen Dann würde man Faul sein Und würde man das noch weiter Abkürzen können Oder abkürzen wollen Ja Dann könnte man beispielsweise Eine zusätzliche Formelzeichen Eine zusätzliche Einheit Einführen Und das wäre für die Kraft Eben das Newton Wir könnten weitergehen Und könnten sagen Die Energie Ist ja gleich die Kraft Die über einen gewissen Weg Wirkt Also Kraft mal Weg Wir hätten also jetzt Hingeschrieben Das wäre Newton mal Meter Oder gleich Kilogramm Mal Meter Quadrat Pro Sekunde Quadrat Und das würde man auch Abkürzen als Joule Mit J Oder Joule Ausgeschrieben Leistung Gehen wir hier nochmal weiter Wäre dann der Energie Pro Zeit Also Meinetwegen auch Joule Pro Sekunde Oder gleich Kilogramm Mal Meter Quadrat Pro Sekunde hoch 3 Und das würde man auch Abkürzen gerne mit W Für Watt Jetzt könnte man noch Hergehen und könnte noch Die Ladung Nehmen Und die Ladung Ist ja Stromstärke Integriert Oder mal Zeit Also wäre das I Mal T In den Buchstaben Oder wir würden eben die Einheit Der Ladung Nehmen Das wäre dann eben Ampere Mal S Oder gleich Q Das Kulomb Nun Ich hatte in Grundlagen E-Technik 1 Hier mal hergeleitet Was die Spannung Eigentlich ist Die Spannung Beschreibt ja die Arbeitsfähigkeit Einer Ladung Also die elektrische Spannung Das wäre dann ja U Gleich W Durch Q Und dann könnten wir einsetzen Na ich muss das Als Energie Muss es ausschreiben Weil ich das nicht richtig Eingeführt habe Mit dem Buchstaben Energie Pro Ladung Naja und wenn ich dann Das einsetze passend Hier oben Dann komme ich von der Energie Also von Joule Pro Coulomb Und dann setze ich Beide ein Dann ist das nämlich Kilogramm Mal Meter Quadrat Pro Ampere Sekunde Hoch 3 Das ist natürlich Ein bisschen sehr sperrig Und das ist nach Dem Herrn Alessandro Volt Graf von Volt Als Volt Benannt worden Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal